Mein Name ist Carsten und ich werde Sie heute auf dieser Reise hier begleiten und vielleicht schon morgen auf Ihrer Baustelle als Smart Construction Berater. Bevor wir uns fragen, was Smart Construction eigentlich ist, sollten wir uns fragen, warum Smart Construction ist. Die heutige Revolution in unserem Gewerbe hat einen Namen, die digitale Revolution. Dank unserer technologischen Weiterentwicklung sind wir in der Lage, über lange Entfernungen in Echtzeit Daten über Mensch, Maschine und Material zu sammeln, auch auf Ihrer Baustelle. Aber was bedeuten Daten, wenn aus Ihnen nicht die nötigen Schlüsse gezogen werden? Nicht viel, außer Zeitverschwendung. Und das ist genau der Moment, an dem Smart Construction ins Spiel kommt. Datenerfassung mit modernster Internet-der-Dinge-Werkzeuge, die Weiterverarbeitung mit einzigartiger Software und dann noch mit Hilfe unserer Berater daraus noch die richtigen Schlüsse ziehen. Das ist der gesteigerte, der bestmögliche Mehrwert für Ihr Unternehmen.